Hallo, hier ist wieder euer Knochen-Bowser-App hier mit einem neuen Part von Yoshi's Wohly World. Diesmal mit etwas besserer Sprachaudio, weil ich im letzten Part so leise klang und jetzt ist halt wieder alles viel, viel besser. Und ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Also, ja. So, ich hoffe nur, dass ich alles im nächsten Level schneller finde, weil im ersten Level, naja, okay, da hatten wir auch nicht mehr so viel Zeit. Aber naja. Welt 1, 2. Ah, ich konnte den Namen nicht mal lesen. Wir spielen ohne Trick-Anstecker. Welt 1, 2. Wald der Hüpfräume. Die Mew-Wars-Beiträge. Finde ich immer noch cool. So, und ich habe mich jetzt auch ein wenig im letzten Part, also außerhalb des Spiels, ein bisschen mit der Steuerung Vertraut gemacht. Du kannst jetzt auch besser mit Yoshi steuern. Und ich habe auch im letzten Part, in dem ersten Level, die ganzen Stempelmünzen eingesammelt. Also, ich mache das dann immer außerhalb. Also, off-screen sammle ich dann, wenn ich mal nicht in einem Level die ganzen Stempelmünzen eingesammelt habe, dann sammle ich sie off-screen. Damit das, naja, damit das halt, ja, ist halt blöd, wenn du da noch zeigst, wie du die ganzen, also wie du die letzten Stempelmünzen sammeltest. Das muss nicht sein, finde ich. Aber, wenn du mal so ein Wolle, heißen die, wenn du einmal so eins dieser Wolle, wunderwolle Batzen vergisst, dann ist das schon, da muss das schon gezeigt werden, wie du das findest. So, und nun werde ich auch aufpassen, dass ich alles hier einsammle von diesen ganzen roten Perlen und, oder Kristalle. Ich nenne sie mal Kristalle. Kristalle klingt irgendwie besser. Perlen, Kristalle, so. So, ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Wir haben ein Wunderwolle und zwei Stempelmünzen. Na, nochmal hoffen, ob wir nicht eine Blume vergessen haben, denn ansonsten ist das natürlich richtig blöd. Hier können auch überall solche unsichtbaren Flügel, äh, Fragezeichen, Blöcke sein. Hm, ja. So, zweite Wunderwolle gefunden. So, weg mit dir. Na, alles einsammeln. Nein, Yoshi, geh da runter. Ist auch gar nicht aufgefallen, dass ich, wenn Yoshi eine Stammattacke ausführt, sich in, also so eine Art Hammer verwandelt. Finde ich auch richtig cool. Also, ich freue mich schon, wie es in den anderen Level verlaufen wird, oder ist was. Ja, zielen muss schon, muss schon gehen, ansonsten, können sie gar nicht vergessen. So, ich nehme mal zwei, ähm, Wollknäule mit. So, da sind noch Kristalle, Perlen, Kristalle, Kristalle, was auch immer. So, das ist bestimmt die Blume irgendwo versteckt. Ah, nee, aber weitere Kristalle. Kristallmünzen, äh, ja. Gut, da kann es ja weitergehen. Hm, was ist das denn da oben? Ich komme da nicht hoch. Ah, ja, das kann man ja auch mit dem Steuerkreuz spielen, das Spiel. Ups, muss ich ja nicht mit dem Stick arbeiten. Und da ist auch schon die dritte Wunderwolle. Ja, komm. Ja, so. Ja, die nächste Stempelmünze. Aber wo ist die Blume? Hä? Haben wir die verpasst? Oder mal, da oben bestimmt. Oder haben wir da oben schon? Ich weiß gar nicht. Glaub nicht. Ist hier oben was? Nein. Hm. Das ist komisch. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Blume vergessen haben. Äh, das sieht nicht so gut aus. Ah, vielleicht hier. Weil sie sieht ja die Blume weg, du Scheigei. So. Oder da oben. Das kann ja auch sein. Schauen wir mal nach. Oder hoch. So. Hm. Ah. Und? Nein, es ist sogar... Was? Was? Es ist die dritte? Ähm. Hm. Da frage ich mich, wo waren die? Wo waren die denn? Hm. Vielleicht hier so? Hm. Hä? Hä? Wo geht's zurückgehen? Das ist natürlich richtig bescheuert. Vielleicht hier unten? Ah, da unten kann ich es mir vor... ...besser vorstellen. Ist hier was? Hä? Gibt es hier irgendwo... ...was? Oder da? Ah ja, da ist was. Nee, das sind nur Herzen. Hä? Hä? Was ist hier los? Hä? Vielleicht da oben? Äh... Jetzt bin ich überfragt. Hä? Wo ist denn was? Ach, da können wir jetzt nicht mehr runter. Schade, Mann. Da gehe ich halt, glaube ich, nochmal an das Level. Und dann suchen wir gemeinsam. Wer ich es nicht finden sollte, ist die Blume. Und dann schneide ich das an dem Partende rein, wie ich die Blume finde. Also da unten ist bestimmt was. Ja, da ist was! Ach, ich hab ne Blume gedacht. Ach, haben wir nicht da jetzt. Ist hier was? Nein. Ah! Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Oh, unsere erste Verwandlung. Der Schirm-Yoshi. Drücke auch, um den Schirm zu öffnen. So zugleichen. So, wir können das so gedrückt halten. Wir müssen nicht. Unbedingt. Ich hoffe, hier gibt es keine Blume. Weil das wäre ziemlich blöd. Aber ich tue schon, dass es ihm eine Blume geben wird. Vielleicht hier oben? Hm, nee. Was? Wir haben nur fünf. Was? Nein, 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 nein. Nein! Oh, Mann. Hey, du blöder Scheige. Lass uns mit Ruhe. Oh, ich hab das Zeitel mit nicht. Ich hab die Zeitel im Auge behalten. Ist die nächste Wunderwolle. Ist die nächste Uhr. Schnell, hol sie dir, Yoshi. Äh, Stempel-Münsen. Alles einsammeln. Schnell! So. Ei, 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 ei. An, wir haben eine Blume. Äh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Da ist aber was. Da ist aber was. Ja, das muss ich sogar mit Eiern zerstören. Brauche ich noch ein Shy Guy? Komm her. Dann brauche ich bestimmt mehr Eier, ne? Ja, brauche ich. Ist irgendwo ein Shy Guy? Ja, da ist noch einer. Brauche ich wieder öffnet die... Ah, hier ist ja auch so ein Kasten mit Wolle. Was mache ich denn? Ich bin auf der Suche nach Shy Guy. So. Hey, was ist denn hier? Wenn man da unten ist, braucht es irgendwas? Nicht? Nein? Hm. Ah, wusste ich's doch. Nein. Nein, was mache ich denn? Da ist die nächste Blume hoffentlich. Ja, die vierte. Gut, dann müssen wir dann am Anfang des Levels nochmal nachschauen. Es wird hoffentlich nicht so schwer sein, die restlichen Blume zu finden. Ich meine, die kommen. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Dann hätten wir, glaube ich, sogar alles. Alle, ähm, Herzen. Alle... Alle Herzen, alle Wunderwoll-Batzen. Warte. Eins fehlt noch. Ey, ich wollte das Ei gar nicht. Ah, egal. Ausschicken. So, da oben ist... Stimmt. Da, warte, 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 warte. Warte. Hallo, Yoshi. Nein. Da ist er, Yoshi. Du sollst doch nicht runterfliegen. Yoshi, bin nicht, bitte. Geh da runter. Dankeschön. Guter Yoshi. So, ich will das jetzt nicht umsonst. Nein, da ist eine Wunderwolle. Und die letzte. Es ist auch schon... Ist hier noch ein Fragezeichen? Nee. Ein Fragezeichenflatterer. Nein. 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 Nein, habe ich gesagt. Auf. Uns fehlen noch Stempelmünzen. Man. Geh runter. So. Ich will das jetzt auch alles entspannt eingehen. Also nicht entspannt, sondern... Bleib stehen. Boah. Mann, ich will schon noch alle Stempelmünzen sammeln. Sinn aufnehmen. Am Zier sind auch nicht mehr. Ja. Das ist echt blöd geregelt hier. Das mit den Stempelmünzen. Wie soll man denn bitte schön alle sammeln, wenn man hier nicht genug von diesen Kristallen ist, die man einsammeln kann. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ja, Mann. Okay. Dann scheine ich. Hä, was ist das denn? So, da... Von da kommen wir ja. Uh. Okay. Nein, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich nicht, wo die restlichen Kristalle sein sollen. Vielleicht bei diesem Geheimraum. Oder vielleicht haben wir bei dem Schirm... Yoshi... Raum da nicht alle eingesammelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle eingesammelt habe. Oder nicht. Fällt es hier noch was? Ich will jetzt sicher gehen. Auf. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann müssen wir das Level nochmal machen. Keine andere Wahl. Ich weiß aber auch nicht, ob das auch von der Zeit her noch reicht, ein Level noch zu machen. Weil... Naja. Hm. Und es fehlen wieder Stempelmünzen. Ah, Mann. Also bei diesem Spiel, glaube ich, ist die hundertprozentig möglich, bei einem Level zu schaffen. Glaube ich. Zumindest wegen den Stempelmünzen. Von den Kristallen her habe ich alle eingesammelt. Also kann das ja nicht sein. Weiß ich nicht. Ach, ich gucke nochmal nach. So, wir kriegen jetzt, glaube ich, einen neuen Woll-Yoshi. Wir haben den Woll-Yoshi wieder zusammengehekelt. Oh, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen, euch zu zeigen. Ah, das wollte ich doch bei diesem Part noch machen. Nämlich... 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 Nämlich vielleicht zeigen, was man mit der Yoshi-Amiibo machen kann. Oh, ein Picker-Yoshi. Jetzt haben wir nämlich einen zweiten Yoshi. Yay, cool. Mann. So, wo sind denn die restlichen... Hier. Ähm, Kristalle. Mal bloß mal auf die Suche. Präzis hier unten mit was. Ja! Hab ich's doch gewusst. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste... Äh... Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Nee, doch nicht. Höh? Hä? Hä? Ich dachte, das wär's gewesen. Nein, es war nicht die Blume. Ach, Mann, ey. Oh. Nein. Eine unsichtbare Wand. Es war eine unsichtbare Wand. Och, nein. Das kann doch nicht sein. Das wusste ich nicht, dass es auch unsichtbare Wände gibt. Aber... Hm, naja. Es gibt doch welche. Aber nicht so schlimm. So, dann gucken wir das. So, dann muss die zweite Blume hier sein. Und dann werde ich jetzt alle Wände untersuchen. Und... Ich komm da nicht hoch. Ich denke, Alter. Ah, jetzt aber. Ich komm da hoch. Vielleicht ist da ja was. Ich weiß nicht. Schade. Wollte aber sein können. So. Aufpassen. Joschis. Auch wenn wir die... Auch wenn wir alle Herzen haben, müssen wir trotzdem aufpassen, wo wir hinlatschen. So, wir haben keine... Ei, haben wir das schon über... Haben wir das schon... Äh... Gefunden. Freunden. Ja, doch haben wir. Weil die Herzen, die kommen ziemlich bekannt vor. Na, komm. Komm her. Komm her. So. Nein. Ach, dann nehme ich halt dich, Shy Guy, so. Aber das haben wir auch schon. Hä? Vielleicht ist hier ja etwas. Na auf! Hm. Hm. Hier muss aber etwas sein. Ich hoffe, ich sehe die letzte... Ich mache mir Stempel. Oh, der ein Geschenk. Wo die letzte Blume ist. Äh... Mann. Das ist doch... Eigentlich hätte ich das finden müssen. Ne, Leute? Das ist so einfach gemacht. Ah, Mann. Nicht schlimm. Ähm... Das ist nicht so schlimm. Das ist ja nur ein Yoshi-Spiel. Nein, Yoshi! Was machst du? Nicht runterfallen. Das müssen wir schon eh nach... Oh, das muss gelernt sein. Ja, das hatten wir schon. So, dann werde ich die Stempel-Münzen, glaube ich, wieder off-screen sammeln. Weil die sind ja jetzt auch nicht so interessant. Dann werde ich die halt off-screen sammeln. Und ja... Und ja... Zwei Schirm-Yoshis. Das ist schon interessant. Das kann sehr lustig werden. Also, schon die ganzen Kristallien sammeln. So. Warte mal, war da oben eine? Geh weg! Und... Ne, da... Da oben waren die schon. Schnell runter! Das machte der Shy Guy. Flieg! Holt die... Holt die Uhr! Boah! Bin zu gewagt. Hey, was machst du denn? Seid ihr doof? Die haben wir auch. Hä? Schauen wir das schnell ein! Dann weiß ich nicht, wo die restlichen Stempel-Münzen sind. Und der eine Yoshi ist runtergefallen. Das... Nein! Nein! Ich weiß auch nicht... Naja, egal. Na, komm. Ups! Nein! Nicht... Synchronen tanzen. Herzen! Anscheinend spielen wir mit der Amiibo. Mit dem Amiibo Yoshi. Und nicht mit dem blauen... Ach, der blaue Yoshi. Der macht aber auch Dinge, weißt du? Ah, vielleicht hier drin. Nein! 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 Mann! Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Dann sollen wir nicht sie offscreenen. Leute! Aber irgendwann werden wir in allen Leveln die... Also, live! Die ganze Stempel-Münzen sammeln. Ich glaube, ich schneide das auch rein, das mit den Stempel-Münzen. Ja, doch schneide ich rein. Diesmal schneide ich es rein. Gut! Dann hätten wir den... Das Level auch überstanden. Alle Blumen gesammelt. Alle Wollewunde. Oder Wunderwolle. Ich vertausche die Wörter immer so gern. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020